Hallo, ich bin Simon aus dem Orga-Team von der Lern-Oise-Convention 2023. Nachdem wir aus dem Orga-Team, das kann ich auch hier mal kurz zeigen, das sind die 14 Leute hier, mittlerweile sind es sogar 15, letzte Woche das Programm fertiggestellt haben in der Version 1.0, will ich euch in einem kleinen Video mal erklären, wie die Lern-Oise-Convention so abläuft und worum es da geht. Wir sind dieses Jahr am 11. und 12. Juli, ist der Termin, wieder auf der Kaiserburg in Nürnberg. Das hat sich ja letztes Jahr sehr gut bewährt und online, also es ist wieder eine hybride Veranstaltung. Wir haben wieder den Anspruch, perfectly hybrid zu sein, also Remote-Teilnehmerinnen und Menschen in Präsenz auf Augenhöhe miteinander kommunizieren zu lassen, das ist ja gerade so ein bisschen die große Herausforderung. Das heißt, die Veranstaltung ist auch eine schöne Lernumgebung, um zu lernen, wie man hybride Events macht. Wir haben für vor Ort und für online 150 Tickets maximal, sodass da auch die Teilnahme von der Anzahl auf Augenhöhe ist. Die Veranstaltung selber sehen wir als ein Top-Event im Bereich Wissensmanagement und Lern der Organisationen im deutschsprachigen Raum. Komme ich gleich noch zum deutschsprachig. Es geht um digitale Arbeitsplätze, die ja zunehmend auch digitale Lernumgebungen werden, moderne Intranets, neue Arbeitsweisen, New Ways of Working, das persönliche Wissensmanagement. Wie sorge ich dafür, dass ich in der Informationsflut nicht verloren gehe für Wissensarbeiterinnen, für lernende Teams, Abteilungen, Projekte, aber auch für Menschen, die Infrastruktur, also Räume oder technische Infrastruktur für Organisationen gestalten. Deutschsprachig habe ich gesagt, wir haben ein Experiment dieses Jahr und zwar wollen wir versuchen, das ist hier oben dieser kleine Non-German-Link, uns für nicht-deutschsprachige Menschen zu öffnen. Wir haben so ein kleines Seitenprojekt gestartet, Internationals Atlas Con 23, und versuchen da eben auf der einen Seite schon die Veranstaltungssprache deutsch zu lassen, aber wir haben am ersten Tag quasi, wo ein Track ist in der Veranstaltung, komplett eine Simultanübersetzung von Menschen, also nicht von Maschinen, sondern von Menschen. Und wir haben am zweiten Tag, zeige ich dann gleich im Programm auch noch, einen kompletten englischen Track, sodass man da eben auch den ganzen Tag über Programm englischsprachig machen kann. Ja, Stichwort Crafting, das Motto, da gibt es gerade ein bisschen weiter unten auf der Seite eine Erklärung, hier bei Themen der LernOS Convention. Wir sind ja vielleicht am Screen-Share schon gesehen, an das Minecraft-Design so ein bisschen angelehnt, wo man so viele Sachen bauen muss, also man hat Blöcke und baut sich daraus Sachen zusammen. Und das sehen wir eigentlich so, dass in vielen Organisationen Infrastrukturen, wie zum Beispiel Microsoft 365 oder Nextcloud oder Google Suite da sind. Und die bieten ganz viele Tools und die Leute sind da erst so ein bisschen verloren, weil man gar nicht weiß, muss ich die jetzt alle nutzen? Das sind im Fall von Microsoft 365 schon weit über 50 einzelne Tools. Und da sagen wir, nee, die muss man nicht alle nutzen, aber man muss sie kennen und muss wissen, wie man sie für sich zusammenstellt, um eben selber produktiv und effizient zu sein. Und das ist so das Thema. Es ist hier im Text auch ein Blog-Beitrag verlinkt, der so ein bisschen diese Crafting-Idee in Anlehnung auch an das Job-Crafting nochmal erklärt. Ja, dann Stichwort Programm ist auch hier oben verlinkt in der Seite. cogne.de slash losscon23 kommt mal zum Programm. Wir nutzen wieder Pre-Talks, das hat sich letztes Jahr auch bewährt. Man kann hier das Programm an sich, die einzelnen Vorträge nochmal in der Liste oder auch die Vortragenden sehen. Man sieht dann hier die Räume. Man sieht an Tag 1 am 11. Juli sind wir im Single-Track. Ihr könnt ab früh 10 Uhr ankommen. Es gibt kein Mittagessen, also da müsstet ihr euch selbst versorgen, aber ab 10 Uhr öffnen wir und der Einlass ist da. Ihr könnt Check-in machen, ihr könnt euch schon mit anderen treffen, ihr könnt euch austauschen, könnt euer Zeug abstellen und Nürnberg anschauen, wenn ihr wollt, auf die Burg gehen. 13 Uhr geht es dann los mit der Eröffnung. Dann haben wir wieder das bewährte Line-Up von Impuls-Vorträgen, natürlich zu dem Thema dieses Jahr. Die könnt ihr auch alle klicken. Also wenn ich hier jetzt klicke, dann lande ich quasi bei der Detailbeschreibung des Vortrags. Vielleicht kleiner Hinweis noch hier oben, könnt ihr euch auch so einen Favoritenstern setzen, könnt euch da euer eigenes Programm zusammenstellen. Dann haben wir die Vorstellungsrunde um 15 Uhr, das Kick-off der Lost Corn Circles, da sage ich gleich noch was. Und dann das, was letztes Jahr sehr unterhaltsam war, eigentlich in den ganzen Lost Corns, die Lightning-Talks, also die Kurzvorträge, wo wir ganz viele Themenaspekte von der Gestaltung von Lernumgebungen aufgreifen. Seien das Co-Working Spaces, MOOCs, Nextcloud versus Microsoft 365, der CEO von Nextcloud macht da einen Talk. Also schaut da mal durch, da ist glaube ich für jeden was dabei. Haben Abendessen vor Ort. Die Leute, die ein Remote-Ticket haben, online dabei sind, kriegen dieses Jahr alle ein Remote-Catering-Packet geschickt. Also da bekommt ihr sozusagen fürs Abendessen und fürs Programm auch ein Paket mit Dingen. Und abends haben wir unsere Abendveranstaltung, haben wir Crafting Night getauft. Da veröffentlichen wir das Line-Up, was da passieren wird, dann eine Woche vorher. Tag zwei bewährt wieder Multiformat und Multitrack. Wir starten um 9 Uhr mit der Eröffnung der Vorstellung des Programms. Wir haben, was man hier in rosa sieht, hier, 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 klassisch die Sessions und Workshops, so wie man sie vielleicht von Barcamps kennt, 45 Minuten mit 15 Minuten Pause. Was im Programm blau eingezeichnet ist, sind Assemblies. Also da können sich Menschen treffen und so ein bisschen länger zu einem Thema sprechen und auch an Dingen arbeiten. Da wird zum Beispiel hier, gibt es eine Assembly, wo an einem Lernpfad gearbeitet wird zu digitalen Ökosystemen. Da reicht oft die 45 Minuten der Session nicht. Und wir haben dann hier rechts, sieht man da im Bild, die Vernetzungsinseln. Da komme ich später auch nochmal drauf, was das ist. Nachmittag das Gleiche, sodass wir dann, wie letztes Jahr auch, 15.15 Uhr uns zum gemeinsamen Abschluss treffen und 16 Uhr dann zu Ende sind, die Veranstaltung zu Ende ist. Ja, was sind so die Besonderheiten neben den Internationals? Wir haben letztes Jahr die Beobachtung gemacht, dass sich vor Ort natürlich ganz viele Grüppchen getroffen haben. Natürlich da auch neue Leute kennenlernen. Und auch online gab es so ein paar Grüppchen. Wir hatten ja letztes Jahr Slack verwendet mit den Audio Chats. Dieses Jahr nehmen wir Discord, funktioniert aber im Prinzip ähnlich. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das schaffen, dass so ein paar mehr Leute sich eben auch hybrid vernetzen. Und haben gesagt, das ist das untere Bild hier. Wir wollen versuchen, dass sich im Vorfeld schon sogenannte Loss-Con-Circles, also Lerngruppen oder Learning-Circles bilden, die wir einfach über die Namensschilder zufällig zusammenwürfeln, immer vier bis sechs Leute. Die müssen sich dann auch erstmal finden und gegenseitig vorstellen. Es gibt so einen kleinen Networking-Slot im Programm. Und die dann gemeinsam so eine an Lego Series Play angelehnte Challenge durchlaufen, also sprich, so die Idee, was gehört eigentlich für mich zu meiner optimalen persönlichen Lern- und Arbeitsumgebung, in Lego oder in Papier oder in Mindtaste in dem Spiel bauen, davon Screenshots machen, die auf dem Conceptboard dokumentieren. Und da sozusagen in der Gruppe, die das Gelernte zusammentragen, die die Lern-OS-Circle oder Wall-Circle kennen, kennt den Effekt. Wenn man für sich selber sowas tut, hat man immer nicht so viel davon, wie wenn andere da dabei sind und man da auch nochmal auf ganz andere Ideen kommt. Also das sind die LOS-Circles, die wir haben. Daneben gibt es ganz viele kleine Neuerungen auch. Wir haben zum Beispiel sogenannte Vernetzungsinseln, die gerade im Programm schon sichtbar waren. Das sind für die, die letztes Jahr dabei waren, im Foyer von der Burg oben im ersten Stock, so Sofa-Ecken. Da bauen wir kleine Podcast-Studios auf. Die sind dauerhaft in Discord-Sprachkanäle eingewählt. Das heißt, da kann man sich einfach hinsetzen, Podcast-Headset auf, kann untereinander sprechen, aber kann auch mit allen Leuten sprechen, die eben online an der gleichen Vernetzungsinsel sitzen. Wir nutzen Discord. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Das haben wir jetzt auch im Orga-Team schon im Einsatz. Gehen wir hier gerade rein. Discord funktioniert so ähnlich, wie ihr das vielleicht von Teams kennt. Also hier auf der linken Seite gibt es Kanäle. Die kann man hier auch noch in Kategorien ordnen. Die sind nicht flach in der Liste wie in Teams. Da sieht man jetzt hier zum Beispiel die Lobby. Da können sich dann alle vorstellen, wenn es eine Woche vorher losgeht mit der Vorab-App-Konferenz. Da gibt es die Links zum Programm, die Einwahl-Links dann auch in Teams, in die Sessions. Da gibt es den Infodesk, wenn es Fragen gibt und so weiter. Vernetzungsinseln. Und wie man hier sieht, wir haben jetzt auch im Orga-Team da schon ziemlich viel drin gearbeitet. Ich glaube, wir haben so gut wie keine E-Mails geschickt, seit wir mit der Orga im Januar, Februar losgelegt haben. Also das funktioniert auch sehr gut. Man kann hier erkennen anhand von den Hashtags. Das sind Chat-Textkanäle. Das heißt, da kann man einfach textuell chatten. Und dann gibt es so Kanäle, die haben hier ein Lautsprechersymbol. Und das sind dann Audiokanäle. Das heißt, wenn ich da draufklicke, dann bin ich sofort in der Audiokonferenz und kann mit allen sprechen, die da noch drin sind. Genau, dann haben wir wieder einen Merch-Shop. Also wer da Lust hat, sich mit einem T-Shirt zu versorgen, gibt es verschiedene Varianten, Trinkflaschen, Hut. Es wird wieder heiß natürlich im Juli. Wir nutzen dieses Jahr auch den Burggarten. Der ist komplett neu gemacht worden. Also wer da vielleicht anfällig ist für Hitze auf der Kopfplatte, der kann sich da mit einem Sonnenhut versorgen. Und anders als letztes Jahr, wir wollen so ein bisschen diese Diversität und Buntheit betonen, All Creatures Welcome, gibt es auch dieses Jahr ganz viele verschiedene Farbvarianten von den T-Shirts. Für Kinder, Frauen, Männer. Also wer Lust hat, Abendprogramm wird wieder Mindtest auch gespielt, seine Kids da mit einzubeziehen. Herzliche Einladung, das ist absolut gewünscht. Ja, der Merch. Dann vielleicht noch ganz oben habt ihr den Link auf den Ticket-Shop. Ich habe schon gesagt, es gibt 150 Tickets für vor Ort, 150 für online. Im Moment gibt es auch beide Kategorien noch. Die könnt ihr euch hier klicken. Was vielleicht wichtig ist, wer vor Ort kommen will, Erfahrungsgemäß, so kurz vorher gibt es dann immer keine Tickets mehr. Also schaut, dass ihr euch da rechtzeitig versorgt. Und auch noch ein Hinweis für die Online-Teilnehmerinnen. Wir verschicken dieses Goodie-Bag mit dem Remote-Catering. Das wird aber vom Logistik-Dienstleister am 26.06. abends bei uns abgeholt. Also wenn ihr quasi online teilnehmen wollt und das Remote-Catering-Bag haben wollt, dann meldet euch bitte bis spätestens zum 26. Mittag an, weil dann werden die Sachen fertig gemacht und verschickt. Ja, soweit der Überblick. Wir würden uns freuen vom Orga-Team, wenn wir uns sehen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns einfach eine E-Mail schicken. loscon.cognion.io Da schauen wir drauf und beantworten die. Dann würde ich sagen, keep coming, learn on und vielleicht bis bald. Loscon.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cognion.cogn